In dieser Klasse lernen wir, wie Eigenschaften für Teile mit benutzerdefinierten Eigenschaften zu erstellen. Die Eigenschaften sind sehr wichtig, da sie die Informationen enthält, die zwischen den Dateienteil, Baugruppe und Zeichnung verknüpft sind. Das Erstellen von benutzerdefinierten Eigenschaften erleichtert und vereinfacht die Eingabe von Routineinformationen in unsere Projekte. Lasst uns in den Unterricht gehen. Das Erzeugen von Eigenschaften kann nur mit einer geöffneten Dateipart oder Assembly erfolgen. Um mit dem Erstellen von Eigenschaften zu beginnen, öffnen wir eine neue Part-Datei. Wir können die Eigenschaften im Menü Datei, Eigenschaften und auch im Aufgabenbereich, der Registerkarte Benutzerdefinierte Eigenschaften zugreifen. Um die gewünschten Eigenschaften für diese Datei zu erstellen, klicken Sie einfach auf Jetzt erstellen. Sehen Sie, dass das Fenster Property Tab Bilder geöffnet wird. Um die Informationen hinzuzufügen, ziehen wir die gewünschten Elemente in das mittlere Bedienfeld Benutzerdefinierte Eigenschaften. Wir beginnen damit, den Satz SolidWorks 2013 in das Text für Nachricht auf der rechten Seite des Fensters zu schreiben. Beachten Sie, dass die Phrase im gelben Feld im mittleren Bereich angezeigt wird. In Typ verlassen wir Teil. Wenn Sie auf die Groupbox klicken, haben wir Ihre Optionen im rechten Fensterbereich angezeigt. Wir sehen nun Textbox in das Stücklisten-Info-Feld wie gezeigt. Dadurch werden Texteigenschaften im rechten Fensterbereich angezeigt. Wir haben den Namen der Beschriftung und der Beschriftung in Beschreibung geändert. In Name wählen wir Beschreibung, in Text eingeben und in Wert verlassen wir ohne Änderung. In diesem Pfad finden wir alle möglichen Einstellungen für die Eigenschaften. Wir haben diesen Schritt bestätigt, indem wir die Option Show-on-Custom-Tab aktivieren, indem wir auf das angezeigte Symbol klicken. Wir ziehen die Option-Liste unter der Beschreibung innerhalb des Stücklisten-Info-Feldes. Wir haben den Namen in Material geändert. In Name wählen wir Material, in Typ verlassen wir den Typ Liste und in Werte geben wir die folgenden Materialien ein. Stahl, Aluminium, Kupfer und Zink. Wir klicken auf die angezeigte Schaltfläche. Wir speichern die erstellten Eigenschaften an derselben Stelle, an der Sie SolidWorks Standard-Anstellungen befinden, und schließen die Registerkarte-Eigenschaften. Um herauszufinden, wo die Standard-Einstellungen gespeichert sind, gehen Sie zum Menü Extras, Optionen, Dateispeicherorte, Benutzerdefinierte Eigenschaftsdateien. Um die erstellten Eigenschaften anzuzeigen, klicken Sie einfach auf den Aufgabenbereich und drücken Sie die Taste F5. Wir öffnen das angezeigte Teil und klicken auf die Registerkarte Benutzerdefinierte Eigenschaften. Wenn Sie das Teil speichern, werden diese Informationen in die Eigenschaften des Teils eingegeben, wie wir überprüfen, indem wir das Menü Datei, Eigenschaften aufrufen. Wir haben in dieser Klasse gesehen, wie der SolidWorks Eigenschaften-Anfügesystem verwendet wird. Diese Funktion macht es einfach, Eigenschaften zu erstellen, die immer in Projekten verwendet werden.